DupliColor – Wir bringen Farbe in die Welt Pastel Living wohnen in zarten, harmonischen Farben mit Farben von DupliColor. Aus Speicherfunden oder aus Kleinanzeigenschnäppchen zaubern Sie mit DupliColor einzigartige Möbelstücke und trendige Accessoires. Zunächst werden alte Möbelstücke gereinigt. Stühle und Tische aus Holz werden für eine optimale Haftung mit DupliColor Holzgrundierung vorbehandelt. Tragen Sie die Grundierung in mehreren dünnen Schichten auf. DupliColor Holzgrundierung trocknet extrem schnell und Sie können gleich mit dem kreativen Teil der Arbeit beginnen. Wir haben mit einigen Pastelltönen der Serie DupliColor Platinum gearbeitet. Entfernen Sie zunächst den Sprühkopf und mithilfe eines Schraubenzieher den roten Sicherungsring. Setzen Sie den Sprühkopf wieder auf und schütteln Sie die Dose für drei Minuten. Führen Sie eine Probesprühung durch und sprühen Sie nun in mehreren dünnen Schichten. Gehen Sie dabei im Kreuzgang vor. Die Farben der Serie DupliColor Platinum überzeugen durch eine enorme Deckkraft, eine extrem schnelle Trockenzeit und durch eine minimale Läuferbildung. Glasflaschen werden mithilfe von Kreppband und DupliColor Platinum im Farbton Light Pink zu Vasen mit grafischem Design aufgepeppt. Dosen werden mit DupliColor Platinum im Farbton Spring Green zu ausgefallenen Windlichtern. Farblich passende Steine dienen als Serviettenbeschwerer, bei Bedarf können Sie den Namen eines Gastes aufschreiben. Plastikflaschen im Farbton Light Blue werden mit einem Gummi zusammengehalten und mit Blumen bestückt. Mit der Kunststoffgrundierung von DupliColor haben wir einen normalen Plastikeimer behandelt, bevor wir ihn mit Lilac, einem der vielen individuellen Farbtöne der Serie DupliColor Platinum, in einen Getränkekühler verwandelt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017